Hallo ihr Lieben, heute möchte ich eine kleine Knobelaufgabe mit euch durchgehen, die es aber ganz schön in sich hat. Wir werden die geometrische Reihe im Laufe der Aufgabe brauchen. Falls ihr davon jetzt aber noch nie was gehört habt, dann keine Sorge, ihr könnt die Aufgabe trotzdem mal mit uns durchgehen. Ich versuche es möglichst einfach für alle zu erklären. Und wir haben Folgendes vor uns. Stell dir vor, Emma lädt unendlich viele Gäste zu einer Party ein und backt dafür eine Pizza. Sehr realistisch, unendlich viele Gäste, aber egal, Hauptsache es gibt Pizza. Sie verspricht ihren Gästen Folgendes. Der erste Gast bekommt ein Viertel der Pizza. Der zweite bekommt ein Sechzehntel und der dritte nur noch ein Vierundsechzigstel. Und so geht es eben weiter. Alle Gäste bekommen also ein Stück von der Pizza. Bleibt dabei aber etwas für Emma übrig. Es kommen also unendlich viele Gäste. Jeder bekommt etwas. Die Stücke werden zwar immer kleiner, aber jeder bekommt was. Und wir sollen herausfinden, ob dann überhaupt was für Emma übrig bleibt. Hier haben wir mal eine sehr schöne Abbildung einer Pizza. Das wäre tatsächlich auch so meine Lieblingspizza. Das Grünzeug hier an den Tomaten hätte man irgendwie noch abmachen können, aber sonst sieht sie schon sehr gut aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was auf eurer Pizza nicht fehlen darf. Und dann gehen wir einfach mal durch, wie das aufgebaut ist. Der erste Gast bekommt ein Viertel der Pizza. Das bedeutet, die Pizza wird in vier Teile geteilt und ein Stück davon bekommt der erste Gast. Der hat Glück. Ist noch relativ groß. Der zweite Gast bekommt nur noch ein Sechzehntel. Ein Sechzehntel setzt sich ja zusammen aus ein Viertel mal ein Viertel. Das bedeutet, dass wir ein Viertelstück noch mal vierteln und davon bekommt dann eben der zweite Gast ein Stück. Der dritte Gast bekommt ein Vierundsechzigstel. Ein Vierundsechzigstel, das wäre ein Viertel mal ein Viertel mal ein Viertel. Bedeutet, dass wir dieses Stück hier noch mal vierteln und das ist eben dann ein Vierundsechzigstel. Und ihr habt die Struktur erkannt. Der nächste Gast würde eben nur noch ein Viertel von diesem Stück hier kriegen und das wäre dann so klein. Sieht also eigentlich gar nicht so schlecht für Emma aus, denn die schraffierten Bereiche sind für die Gäste. Obwohl unendlich viele kommen, sieht es so aus, die, die unschraffiert sind, dass das für Emma übrig bleibt. Und das wollen wir jetzt einfach mal mathematisch überprüfen, ob das tatsächlich so ist, dass da was übrig bleibt. Wir haben also für die Gäste, wenn wir das mal aufhautieren, was die so essen. Ein Viertel ist für den ersten Gast. Dann kommt der zweite Gast und bekommt ein Sechzehntel. Der dritte bekommt ein Vierundsechzigstel und so weiter. Das wird dann einfach unendlich so weitergehen. Okay. Untersuchen wir mal hier die Struktur, was da passiert. Ein Viertel können wir mal so stehen lassen. Ein Sechzehntel haben wir ja schon gesehen. Den setzt sich aus ein Viertel mal ein Viertel zusammen. Also das wäre ein Viertel hoch zwei, wenn wir es so schreiben. Der dritte hat ein Viertel mal ein Viertel mal ein Viertel. Das können wir schreiben zu ein Viertel hoch drei. Und dann würde es eben so weitergehen. Hier dieses ein Viertel können wir auch umschreiben zu ein Viertel hoch eins. Also hoch eins macht ja keinen Unterschied. Das heißt, wir haben hier eine super Struktur, die wir sehen können. Es ist immer ein Viertel hoch eins, hoch zwei, hoch drei, hoch vier und so weiter bis unendlich. Und das kann man auch jetzt anders schreiben, denn das ist ja so eine Summe mit so einem Punkt, Punkt, Punkt ist das nicht immer so schön. Es gibt so eine abkürzende Schreibweise davon und das benutzt halt eben so ein Summenzeichen, das sehr abschreckend aussieht. Aber das sagt einfach nur, das sind die Pluszeichen. Und in die Summe kommen eben diese Dinge, die hier aufsummiert werden. Nämlich das setzt sich ja immer zusammen aus ein Viertel hoch eins, zwei, drei, vier, fünf und so weiter. Also können wir hier hoch N schreiben und das N läuft eben von eins, zwei, drei, also von eins los bis unendlich, weil wir haben ja unendlich viele Gäste. Und das hier ist jetzt einfach nur die kompakte Schreibweise für diese Summe mit den Pünktchen hier hinten. Und das wird aber auch als Reihe bezeichnet, denn man hat so eine unendliche Summe. Und das ist aber nicht nur irgendeine Reihe, von der wir jetzt untersuchen müssen, ob man sie irgendwie ausrechnen kann, sondern das ist eine geometrische Reihe, denn bei geometrischen Reihen ist es so, dass sie aus geometrischen Folgen bestehen. Und der Teil, der hier drin ist, das ist eine geometrische Folge, das haben wir schon festgestellt. Wir starten nämlich mit einem Viertel, dann wird ein Viertel nochmal mit einem Viertel multipliziert, dann wird das Ergebnis nochmal mit einem Viertel multipliziert, also von einem Folgenglied zum nächsten wird immer mit einem Viertel multipliziert. Und das ist eine geometrische Folge. Und deswegen haben wir hier unten eine geometrische Reihe und von der kennen wir, wann sie konvergiert und wann eben nicht. Nehmen wir sie mal mit. Diese geometrische Reihe konvergiert oder hat einen Wert, den man ausrechnen kann, wenn diese Zahl hier kleiner als 1 ist. Und dieses ein Viertel ist ja 0,25, das ist kleiner als 1 und deswegen gibt es tatsächlich eine Formel, wie man diese Reihe hier ausrechnen kann. Nämlich folgendermaßen q durch 1 minus q. Das q steht für die Zahl, die hier drin ist. Manche von euch sagen jetzt vielleicht geometrische Reihen, das habe ich aber anders gesehen, die Formel. Ja, ihr müsst richtig aufpassen. Unsere Reihe startet hier bei 1. Wir haben ja angefangen bei ein Viertel hoch 1, ein Viertel hoch 2 und nicht bei 0. Die normale geometrische, die standardgeometrische Reihe startet bei 0. Dann sieht die Formel auch ein bisschen anders aus. Wir starten hier bei 1 und da gibt es eben diese Formel hier. Und dann setzen wir einfach nur noch ein, für das q eben ein Viertel eingesetzt. Unten haben wir 1 minus, auch hier für das q ein Viertel eingesetzt. Und wenn ihr das ausrechnet, dann kommt ihr auf ein Drittel. Was bedeutet, dass die Gäste ein Drittel der Pizza essen und tatsächlich zwei Drittel dann dementsprechend für Emma übrig bleiben. Wer hätte das gedacht? So, und jetzt gehe ich Pizza essen und wir sehen uns hoffentlich bei einem nächsten Video. Macht's gut! Ich kenne dir dieançade, dass die Gäste Member unbeverhandel ist. Es 1973миgezd hast für eine Verstattung von etwas gehalten. Untertitelung des ZDF, 2020